Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trailer 3 Remastered. Ja, wir sind im letzten Part hier im Dschungel in Indien angekommen. Und es ist wunderschön, es ist ein absoluter Traum, ich bin absolut begeistert. Es sieht einfach alles geil aus und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. So, wir hatten einen Schalter gedrückt, der irgendwas geöffnet hat, höchstwahrscheinlich. Würde mich wundern, wenn nicht. Denn das haben Schalter meistens so an sich. So, hier sind wir nicht auch noch lang, okay. Alter, das ist auch hier auch schon wieder so, das ist ja unfassbar, wie pretty das einfach ist. So, die Tür hat sich auch geöffnet. Das ist so pretty. Das ist wirklich einfach so unfassbar, pretty hier. Oh, der Banger geht los. Das ist ein bisschen traurig, dass es im Hauptmenü... äh, im Menü... halt, mit Mitter, so heißt das. Äh, stoppt die Musik. Da, 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 auch diese Nebelschwaden hier. So, ich hab Wartenauf abgeschossen. Ups. Oder, ist eigentlich auch wieder. Dreft ihr mich jetzt an? Ich glaube, der greift mich an. Dreft ihr mich an? Ja, tut er. Ja, dann, leider noch kurz. Ich wollte nicht angreifen, ich wollte eigentlich... Jetzt hab ich ja die Musik unterbrochen, es tut mir sehr leid. Aber ich will nicht, dass 50 Milliarden Affen mich umbringen. Ich hab nur gesehen, dass Lara zielt und ich wusste nicht, wohin. Und dann war ich lieber safe, denn sorry. Und dann hab ich leider auch lang gut angeschossen. Es tut mir sehr leid, Affen, es tut mir sehr leid. Aber wir können ja... Wir können ja den hier. Den nämlich vergesse ich die ganze Zeit. Der ist ja so wunderschön. Da ist ein Crystal. Warte, wir können jetzt gucken, ob der uns heilt. Weiterhin. Ne, tut er nicht. Das ist eigentlich komplett so... ...zu... ...Kollektivus geworden. Wie gesagt, in der PS1-Version... ...ääh, in der generellen Playstation-Version. Ähm... Ich weiß gar nicht, welche Playstation das war. Aber in der Playstation-Version hatte der... ...müsste aber vielleicht PS1 gewesen sein, oder höchstens PS2. Auf jeden Fall waren das Speicherkristalle, wo man halt schleichen konnte. Das ist jetzt hier im neuen Spielplus. Ähm... ...und... ...naja... ...für uns PC-Spieler... ...waren das eben Heilkristaller, die einfach nichts gemacht haben, außer dich zu heilen. Aber... ...das hat sich... ...jetzt hier erledigt. Denn jetzt sind es tatsächlich einfach Collectibles. Also ich weiß, dass es so viele Achievement gibt. Definitiv alle zu bekommen. Macht ja auch Sinn. Wenn es Collectibles sind. Aber... Aua. Aber, ähm... Ja. Bisschen traurig, dass die jetzt einen nicht mehr heilen. War schon immer ganz angenehm, dafür kein Medi-Pack ausgeben zu müssen. Ey, das ist so pretty hier, ne? Ich... Ich komm halt nicht drüber. Dieses Licht, was hier so durch die Bäume scheint, ist ja einfach... ...ist einfach nur frech. Wie schön das aussieht. Oh mein Gott. Ich glaub das alles nicht. Oh Mann, ey. Es ist einfach alles so wunderschön hier. Ähm... Klarer. Danke. So. Wir stolzieren hier einmal kurz durch. Wir werden ganz leicht nach da oben... ...ähm... ...gezoomt, gedreht, ge... ...was auch immer. So. Speichern. Dann hangen wir da mal drüber. Hallo. Das ist doch geil, dass das einfach funktioniert, ne? Geht das eigentlich nichts. Das geht nur, wenn man aufsetzt, ne? Genau. Wenn wir jetzt aufsetzen, dann können wir einmal hier den machen. Wunderschön. Das ist so traurig, dass im Original halt nie fertig geworden ist. Und deswegen halt einfach keine Taste bekommen hat, weil... ...wie viel Zeit das einem auch sparen kann, ne? Ich mein, jetzt gerade hier geht's noch, aber es gibt ja schon ein paar Stellen, wo man... ...ne ganze Menge an, äh... ...Zeit... ...verbraucht, ähm... ...krieg beim Kriechen. Aber ich mein, auch generell, auch im vierten und fünften Teil war das ja auch schon so. Dass man da ganz schön lange... ...kriechen muss zum Teil. Und das hat sich ja damit einfach erledigt. So. Hier sehen wir den ganz... ...ganz unauffälligen, äh... ...Felsen über uns. Der uns überhaupt nichts tun wird. Ganz bestimmt nicht. Ja, leider bin ich einfach zu dumm, durch eine Tür zu rennen. Das war ja zu erwarten. Oh man, natürlich. Das Spiel, was ich am Anfang bei Tomb Raider 2 in den Tag gelegt habe, im ersten Level, musste ich halt hier halt wieder rückgängig machen. Sonst, äh... Denkt man halt noch, ich könnte dieses Spiel ja sehr gut. Und es wäre... ...sehr schockierend. Obwohl, ja gut, das geht halt auch beim ersten Teil... ...äh, beim zweiten Teil am Anfang. Dann auch irgendwann ein bisschen nachgelassen. Ich mein, ich mein, ich war jetzt nicht schlecht, so... ...aber... ...ja, tsch. Ich glaub, es war nicht die schlauste Idee, hier so runter zu jumpen. Oh, ich höre ein Tiger. Hab ich den Affen wieder abgeschossen? Ich hab den Affen abgeschossen. Dass Lara auch einfach immer friedliche Sachen angreift, ist aber auch so... ...also anvisiert, ist immer so, warum? Ich mein, solange es sich nicht angreift, lass es doch einmal in Ruhe. Das ist eigentlich ein bisschen zärtlich, dass wir sich nicht irgendwie eingebaut haben, dass Lara irgendwie... ...dann unterscheidet und sagt, ah, guck mal hier, der ist nett, der, äh... ...mach ich mal nichts. Und ah, der... ...ähm, ist böse, da... ...greif ich an. So. Als ob da... Wie wär das mal mit dem Skill? Ich, äh, sag uns so einfach, wirklich, ich sollte einfach nie wieder das Wurzgel in den Mund nehmen. So, mein Gott. Ich hab noch nie in meinem Leben so lange in diesem Level gesessen. Weil ich irgendwie stelle ich mich gerade einfach wirklich an wie... ...ein Bob. Nichts gegen Bobs. So. Meine Güte. Könnte man da oben noch irgendwie... ...da konnte man hinspringen, ne? Ja, warte mal, das können wir noch machen. Ich weiß nicht, ob da oben noch sonst irgendwas ist, außerhalb des Collectibles, aber... ...es liege mir... ...fern, das liegen zu lassen. Ne, es ist nur das Collectible, okay. Na gut. Ich glaube, hier kommen wir nicht runter, ne? Ich glaube, ich stacheldeilt. Jo. Das ist eher unangenehm. So. 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 Hallo. Hallo. Okay. So. Okay. Kamen wir denn hier irgendwie... ...sicher runter? So. Ah, warte. Wir können noch mal eben ganz kurz... ...moment. Ich glaube, da war noch ein Secret drin, wenn ich mich nicht irre. Oder können wir hier lang... Also sehe ich einfach lang. Ne, das war ein Secret. Genau. Das nehme ich natürlich mit. Die Animation ist neu, oder? Ich bin mir... Also ich meine, ich muss ja eigentlich... ...die... ...komme mir nicht bekannt. Definitiv nicht. Ähm... ...dass Lara da irgendwie sich in ihren Rucksack steckt. Das macht sie aber auch nur, wenn sie es kriegt. Das macht sie beim... ...stehen nicht. So. Äh... Dann wollen wir speichern. So. Die nehmen wir auch nochmal mit. Aber ich bin auch so gespannt auf Toni. Den werden wir auch jetzt ja bald sehen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie der jetzt aussieht. Ich habe schon wieder nachschlossen. Ich bin... Ich bin... Ich... Ich drücke... Aus Reflex drücke ich einfach sofort schießen, wenn sie... ...wenn sie irgendwo drauf zielt. Aber... Es ist ja nicht so die schlauste Idee. Können wir mal ganz kurz... Ist da unten der Tod, oder? Oder nicht, oder? Was ist denn da? Ne. Guck mal. So. Ach, die werden sogar da oben angezeigt. Das ist doch gut. Ne, das macht irgendwie keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen dann eher da vorne durch das Tor. Okay. Dann wollen wir doch mal... Nochmal durch. Da wird hier wahrscheinlich irgendwas sein. Es wird hier nicht untergrund hier sein. Oh. Okay. Easy. Da wird nochmal... Das rottet nochmal einer durch. Ich meine, da konnte man hoch. Hold on. Ich meine, da war irgendwas. Ich meine, da war irgendwas. Oh, da ist ein Medi-Pack und da ist auch noch eine kleine Lücke. Okay. Na. Mein Secret. Nice. Kommt ganz gut voran eigentlich mit den Secrets. Obwohl ich es hier nicht mal auf die Suche eigentlich. Das sieht auch krass aus. Der Block hier. Wo es ein bisschen was von äh... Von Adlers fleischigermalantes hat. Das sieht auch krass aus. Der Block hier. So. Dann... Hier raus. So. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Was haben wir denn hier noch so? So. Ich werde hier herkommen. Moment. Lienfackeln. Moment. Mal wieder mit. So. Okay. Dann... Da müssen wir, glaube ich, hin. Na ja. Das Wasser ist auch so pretty einfach. Das ist so schön durchsichtig immer. Da unten. Sehr schön. Okay. Den hier mal anschalten. Der macht die Tür dann auf. Okay. Und der hier öffnet ein Tor. Okay. Sehr gut. Und... Warte, das ist... Ist es egal, welche Seite ich reingehe? Ja. Okay. Das sieht auch so krass aus, ne? Das sieht auch so krass aus, ne? So. Okay. 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 Okay, 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 okay. Äh... Die da ist noch zu. Die benutzt nicht so viel, aber die Tür ist wenigstens offen. Dann gehen wir doch mal hier direkt hinein. Wir starten coole Musik. Da liegt noch ein Crystal. Den muss ich mir gleich mal. So, vielen Dank. Sprecher nochmal. Alles gut. So, da kann man hoch. Danke, was ist bei ihr hinter? Ja. Ladder. Werden sie dann einmal wieder dran springen wollen. Das Kraft. Thank you. Oh, die ist sogar noch mehr 3D als die bei 2. Bei 2. Bei 2. So. Ich bin scared, dass ich irgendwann mal runterlaufe. Das wäre echt unangenehm. Äh, kann man... Ne, da... Doch. Da bleibt bestimmt nicht hoch. Ne. Äh... Da muss ich... Warte. Ne, kann ich nicht... Warte, 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 warte. Ok, wir springen mal kurz zurück. Kann wir her, ne? Das war... Oder... Was ist das? Kann wir her? Ne, kann wir nicht. Irgendwas ist geschehen. Niemand weiß was, aber irgendwas ist geschehen. Ähm... Warte. Wir speichern natürlich noch ganz kurz. Und jetzt... Wenn wir hier runter... So... Hier war einfach nur... Oder gerade schon mal... War nur da? Oder ist das was anderes? Ah ja. Ist gut. Gerade... Moment... So... Achso, Quatsch, wir werden mal runter. Ich hab's leider immer in dem Tag hier weiter durchgezogen. Mit den, ähm... Schaltern, die einem nicht sagen, was die tun. Ist immer ein bisschen nervig. Ich meine aber... Bin ich sicher, ob das irgendwas da... Kann ich mal kurz... So gucken. Wenn man das schon los kann, dann kann man mal gucken. So, hier geht's nämlich runter. Ja, ok. Das hatte ich... Ich weiß nicht, noch im Kopf, dass unten irgendwie ein Tor war. Ich wusste aber nicht mehr, wie man es öffnet. Anscheinend. Genau so. So... Oh gut, hallo. Wie geht's denn so? Kannst du mich bitte nicht aufessen? Nein, ich hab's auch gefallen. So... Warte. Warte, 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 warte. Geht's gar nicht, ok. Aber die Mission. So... Hier ist auch nochmal die Mission. Wir speichern. Ah... Ähm... Es tut mir leid, der Affe. Aber du gibst mir den Schlüssel sofort wieder. Den... Ähm... Ist er nicht. So, wir haben... Den Indra-Schlüssel. Weil... Ich meine, damit müssen wir wieder zurück zum Anfang. Ja, ich glaube, wir sind auch wieder beim Anfang. Am Anfang. Dann... Genau. Das... sieht... ganz gut aus. Dann wollen wir doch mal... da hinüber. So... So, der müsste hier passen, ne? Yes. Okay. Perfekt. Dann dürfte, glaube ich, fertig sein. Das... Level. Ja. Oh, und der neuen Grafiker auch, ja. Natürlich. Sieht das geil aus. Ich bin zum Vergleich. Ja. Crazy. Hallo. Hallo. Was denn? Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Wie? 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 Nein, kein Voodoo. Hören Sie... Ist hier denn niemand außer Ihnen? Doch, natürlich. Randy und Rory. Wendy und Rory. Wo denn? Was macht ihr hier eigentlich? Tja, die beiden bleiben da drinnen. Im Tempel. Ich habe sie gewarnt. Sie sollen da nicht rein gehen. Jetzt machen sie nicht mehr viel da drin. Wo ist der Boden gefext worden eigentlich? Eine halbe Tonne Geröll begraben. Ich hau jetzt ab. Schwing die Haxen. In diesem Dschungel verfolgt man ja von innen heraus. Ich würde Ihnen ja auch raten zu verschwinden, aber Sie sehen nicht so aus, als würden Sie darauf hören. Wenn ich Ihnen sage, dass Sie da drinnen sterben werden. Sterben! Ach ja, der gute Tony. So, und damit haben wir Dschungel abgeschlossen. In 36 Minuten, 15 Sekunden, 5 von 6 Geheimnissen, das ist gar nicht so schlecht. 6 gefundenen Kristallen, 23 von 33 Pfundstücken, 8 Kills, 235 Schuss und davon 199 getroffen, 0 Medi-Packs benutzt. Und 3,79 Kilometer zurückgelegt. Dann kommen wir auch schon direkt zur Tempelruine. So, wir speichern natürlich direkt einmal. Genau, das war noch richtig. So, dann würde ich aber sagen, mache ich direkt mal hier für diesen Part einen Cut. Und wir sehen uns in diesem Part wieder. Und ja, bis dahin. Danke, ciao. Danke. Vielen Dank.